Gut, der läuft vorne vorbei. Sehr gut. Kannst du bitte das Video von eben löschen? Guck mal, ich mich drum. Wer ist von euch noch nüchtern? Dann kriegt ihr den Skypie-Skypie-Skypie. Achso, ja, ich bin noch... Olé, 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 olé! Wir können uns ja jetzt einfach 5 Minuten zum Affen machen und du schweigst das Beste hier draus. Das Leben auf dem Bau ist hart. Ich kann das noch nicht lesen. Hier ist mal neu so. Nee, das passt so. Nee, mein, den fliegen nächstes Jahr. Ist das jetzt dein Thema? Ich hab ja gesagt, dass ich jetzt nächstes Jahr rauskomme. Je weiß, dass wir das so machen. Bei 1. Juni, Juni liegt. Nee. Oder wann bist du dicht? Eigentlich von Ende Januar bis... Bis... Anfang...